Was ist das Emblem? Warte Halb gerade gespeichert Ich wollte eigentlich noch gar nicht hier runter Weil da hinten waren noch Gegner Auch? Vielleicht bekommen wir die Profäne auch erst nach dem Ding Keine Ahnung Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Tutor bevor er geschlüpft ist zerstört Hast du vorhin auch schon Aber hier waren wir auch schon mit Ada Das war also Ja Du brauchst die Moncherie Ich frag nicht wie viele Tode wir jetzt auf dem Counter haben Ich will es nicht wissen ehrlich gesagt Ich hab aber ein zu dir gekriegt Ja Von wo kommt die Schüssel verdammt? Von unten Okay Okay Ich hab mal geblendet Hab ich auch gerade Und zwar zu dir nach unten Ich hab mal geblendet Oh wie komisch an die beiden gleich die Idee haben Au! Das hat mich gerade mit Das hat mich gerade mit Gestern Oh! Hi! Okay Es haben sich hier übrigens gerade Zweifel Äh Im Pokal Geschleppt Ja Stimmt Ich hab noch zwei Schuss für die Sniper Ich hab noch zwei Schuss für die Sniper Geh weg! Geh wenigstens auf den dritten Geh weg! Geh wenigstens auf den dritten Das ist ein meiner Wo ist noch ein dritter? Oh ist noch ein dritter Ich hab den dritten der wohl auf Da auf dem Boden Das ist in mein Box Ach du jetzt reicht's mir Geh cut Putz Also dein Elektrostab ist stärker als meine Fäuste Kannste deine Fäuste auch aufladen? Wir sehen ein Emblem Basti Ja stimmt Kann ich auch Boah schon ein Emblem gesehen Da hinten Über den Kisten musst du schauen Hä? Kann man den mit Dein Karate kaputt machen? Kann man nicht Da schon mal probiert Achso da Ich bin zu klein Dafür scheinbar Lass mal kurz hier rauf Basti Ähm Hier rauf Kannst du da rauf? Hier kann ich rauf ja Dann ist das wohl mein Emblem Ich finde den Weg Ich hab's mit einem Schuss zerstört Ich hab's mit der pistolischen Äh mit der Schuss zu schließen Hast du Handgranaten? Nein War noch so festgehabt Ich seh's Und? 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 Jetzt schiebt mich nicht weg Weg Ha 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 Im Ernst Und ich krieg das irgendwie Ich seh's ganz leicht Ich krieg das nicht weg Hör auf! Oh was ist der Sniper? Keine Mission dafür mehr wozu denn ich kann nicht weiter das ist zurück das ist rückweg was die von da kommen wir nein von da komme ich ja geh mal hoch die leiter hoch hier die leiter hoch da kommt ich und dann springt er über die lücke kann ich nicht auch jetzt kann ich von 200 habe ich vorher mal kurz geschaut gehabt ja wahrscheinlich mussten ja erst die tür spiegern bitteschön das zum schätzen ist es ab und zu nicht oft aber ab und zu werken ich hätte von daraus jetzt das emblema von wo aus hast du es von getroffen oder was hast du es getroffen karmes mädchen drei emblem haben wir bis jetzt gefunden stopp 2 was auch bei stürmen er hat sie uns ja war nett von ihr oder und als angezündet nein stopp basti ist hinter dir ja ich habe keinen schuss mehr das ist tot man bin ich gut wir sind besser ist das war eine kombination ich muss vorher noch was sie sind besser ja gut jeder war auch alleine nein die und nutzer agenten zusammen und er war richtig nutzlos da konnte ich meine tür öffnen so nutzlos war wir sind übrigens noch über sprengsetzung ich habe es jetzt noch einmal schottkampunition gefunden wo hast du da musste sprengsetze gefunden aus einer kiste ja das haben wir schon dort wahrscheinlich richtig russländen munition ja und der falle leonardo dikater das ist amerikanisch alter wie hell ja das dürfen wir uns gleich nochmal im kampf einsteigen ich hoffe aber wenigstens im nächsten kapitel ich glaube selber nicht wir sind jetzt im vierten kapitel echt ja ok wir müssen bald ich muss mal schauen was ähm raccoon city chronicles auf 7 kostet und meinen pc einigermaßen frei kriegen dass es nicht so rumleckt wenn ich was zocke mit aufnahme ja warum gibt es operation raccoon city nicht dann für auch weil warum dafür haben wir umbrella chronicles ja ich weiß aber niemals let's playen werden weil man es nicht let's playen kann ja weil keine story da ist scheiß pvp game naja andere schaffen es ja auch 500 parts von cd oder so hoch zu laden oder 5000 parts minecraft wen kennst du denn noch ja was machen sie denn hier ich gebe personenschutz ja sie sind ja jetzt agentin warum sind sie hier ich verfolge den mann hinter all denen den obersten sicherheitsberater simmons was sie müssen sich irren ich arbeite für simmons er ist ihr vorgesetzter wir wollen uns jetzt mit ihm treffen wo ist er ich muss es essen hallo hallo mein zweiter sicht du solltest kontakt vermeiden lieblich hast du noch Leon ist nicht irgendwer er hat mich in raccoon city gerettet also ich bin jade ich bin helena ich bin der nutzerwiese agent vor allem der nutzerwiese agent äh hi ufnag boom Leon beim Flugzeug wir schon wieder ihr freund wir wie eine ex-freundin die einfach nicht weiß wann schluss ist hehehe genau kommt mir bekannt vor von albert lesker nein das ist chris aufgabe gewesen albert lesker war ne vesker war auch immer in leons dingern dabei vesker war in part 7 Resident Evil dabei hier ist vesker auch mit dabei ich weiß oh shit ich rette mal helena irgendwie hängt sie da etwas an ihm ran irgendwie hängt sie da etwas an ihm ran hehehe äh ups hab ich grad selbst gestrengt das war ein fail ich hab gemerkt du hast grad ernsthaft gegen den Boden geschossen hehehe nein gegen die leiter ach jetzt holt er sein neues update das ist unsere shop das ist unsere shop das ist unsere shop dumm ist lud ich hab schrei geschossen wird nicht verschwinden man ich geh noch nicht zum ziel ne hier oben ist noch lud bei mir ok wow fähigkeitspunkte diesmal brauchst du aber nicht meinen part oder ne du hast es ja schon von helena kommt auf an wenn von dir noch irgendwie special shit kommt was du machen musst dann schon was du als hellender nicht machen konntest hm 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 klappe hier ist nichts mehr komm Leon spring hoch stimmt das muss ich eh noch ok ok ja der Leon hat bloß gewandt ja ich würde sagen zum titel macht wieder ein später weil es muss ich dann nicht müssen was machen bevor die spaßdienst kommt sind sie ok welche spaßdienst komm ich noch ein paar leute von mir keine ahnung ich war zu jung um zu verstehen was damals passiert ist los wir müssen zurück sie brauchen unsere hilfe man hast du einen geilen arsch im herr der 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 in die 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 Oh, oh. Ich muss Auto fahren. Steig schon ein, Moncherry. Ach, Mann, was wie. Helena, hilfst du mir? Danke, Helena. Hast du einen Zick-Zack gegeben, oder was? Nee, sie hat mir einfach nur geholfen. Ach so. Hier komme ich. Bus, Bus, Gottes Willen. Was denn? Der Bus hat mich fast zerfahren. Echt, jetzt? Wieso stürmt er denn nicht? Ich sag ja, ich bin Feuer, kann ich ja? Ja, zieh bloß auf. Basti, Hilfe, 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 Hilfe. Was denn? Ich war gerade in den Griffen von deinen Ex-Freundin. Ach so. Sie hat den festen Griff, oder? Ja, schon. Äh, damit hier erstmal ein bisschen Blut. Vor dem Team in den Camps. Weil wir sind danach nicht mehr in dem Gebiet, ne? Das weißt du. Ja, ich weiß. Das war ich jetzt nicht. Er kriegt wieder seinen Upgrade. Ich weiß, wartet nicht so bei einem Bier, oder sowas. Okay, nice. Ahnung. Anreg, Wiffel. Hat der Satz dabei? Hat der Satz dabei? Er ist vorbereitet. Haben wir das echt gesagt? Keine Ahnung. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Ah, Hilfe. Trotzdem sollten wir sie nicht zu leicht machen. Mir ist jede Hilfe recht. Mir ist jede Hilfe recht. Warte. Hast du gerade echt ne Granate geworfen? Ich hab gar nichts geworfen. Dann hat er ne Granate geworfen. Wieso ist er eigentlich immer nur hinter mir her? Ja, er ist unter dir. Ja, genau. Er hat er denn in seinen Griff hin. Du bist bei mir gerade weggeflogen. Ja, weil der mich befreit hat. Befreut hat. Nein, du bist weggeflogen. Er hat dich umgerempelt und ist dann weggeflogen. Er hat mich in Hand gehabt, Idiot. Ich hab ihn gerade in die Eier getreten. Sowas will ich nicht wissen, wen in die Eier tritt. Meine Ex-Freundin. In die Eierstöcke. Oh, ich hab Marks-Germüßchen. Super. Super. Auf den Bastik. Ich hab mit dem Eizert gekillt einmal. Warte, ich bin fast down. Ich auch. So, Marks-Schuss. Äh, shit. Ich bin mal ganz kurz gemutet. Okay. Sherry! Wir begeben uns zum Kuh-Lung-Building in Ku-Cheng. Dort treffe ich mich mit Simmels. Sherry, hören Sie! Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Hey! Wenn er nur halb so gut ist, wie du sagst, schafft er es. Okay? Das stimmt. Vereilen wir uns. Oh, ein Stille. Jetzt, wo er nicht bespricht. Kommst du runter? Habt du gerade was runtergeworfen? Mein Inventar ist ja wieder voll. Basti? Ja. Gut. Ach Gott. Oh, danke schon. Kommst du? Ja, gleich. Ja, gleich. Ja, ich wurde angeschrieben von tausend Leuten. Entschuldigung. Ich musste wissen, wann die Spaß ist, ungefähr da sind. Ich wollte doch duschenfeuer. Und wann kommen sie? Also, um 19 Uhr sind sie da, ungefähr. Okay. Und wir haben ja jetzt 18. Und bei mir kommt gleich die Hölle auf Erden ins Haus. Eine Xbox. Hölle auf? Okay. Ja, Manu hat ja Telekom und irgendwie haben die Bauwaters es geschafft, bei ihm ein Datenkabel durchzubohren und er will seine Xbox bei mir updaten. Okay. Ja, oder Graus, ich weiß. Die Xbox kann eine scheiß Konsole, aber sie ist unnötig. Was denn? Klebrige Substanz. Wenn sie in einer klebrigen Substanz festhängen, müssen sie sie abschütteln. Falls es notwendig ist, können sie auch noch weiterhin mit L2 und R2 schießen. Äh, ja. Was ist Nappert? Hä? Was ist ein Nappert? Na, warum? Ich hab's bis jetzt noch nicht gesehen. Jedenfalls, wenn wir den Nappert sehen, die haben einen Panzer und unter dem Panzer ist ihr Schwarzpunkt. Na gut, dann los. Das ist wegen Simmonds, oder? Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Okay, Jakeylein. Äh, du bist neu. Ach so, jetzt kommt der Kampf, oder was? Jetzt kommt der Kampf, jetzt kommt der Kampf, da wo Aida uns trifft. Ja. Ja. Also, ja. Warst du das? Äh, nein. Du fährst, ich schieße. Okay, du musst steuern. Ich muss erst mal lenken. Mann, bist du nutzlos. Eigentlich mache ich bloß Quick-Time-Events. Oh. Mehr nicht. Äh. 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 Bis auf das Boot. Oh, hi, hi. Da hat Aida schon hingeschossen. Hi. Ach, und das ist das Gebäude, da wo später dann Chris drin ist. Oder vorher Chris. Wo irgendwie mal Chris drin ist. Das willst du sagen, oder? Ach, du heiliges Stück Scheiße. Ich müsste dann gar nicht irgendwie älter sein. So, ich habe keinen SMG-Munition mehr. Aber haupte. Ja. Ich habe gerade nachgeladen. Aber haupte. Aber haupte. Aber haupte. Ich schieße da. Ach, nee. Freundchen, du nährst mich langsam ein bisschen. Dann müsste doch jetzt irgendwo Aida stehen. Du bist mich, Aida. Achtung. Was denn? Oh, hi. Ja, deswegen. Nicht auf uns. Ah. Achtung. Danke. Ich habe nämlich keine Heilung. Ich kann dir keine Heilung mehr geben. Ich bin voll. Schön für dich. Ich habe gerade mit der Granatik draufgeschossen. Okay. Es war so wie bei Alex. Faktor, 5 Sekunden. 3, 2, 1. Boom. Plus 300. Alter, scheiße. Du im Sinzabu noch nichts gespeichert zu haben, oder? Hä? Haben wir es damals gespeichert? Nee. Äh. Schade. Lass sie nicht mehr liegen ohne auch so zu töten. Arschloch. Was? Ich wollte nun was ausdauerküllen. Äh, hier sind noch zwei Kisten, die du übersehen hast. Ich habe gekämpft. Irgendwo ist ein Flug, die ich hingeflogen. Ein Flug, die ich hingeflogen. Sorry. Musst du kurz rülpsen. Okay, weiter. Überlege ich gerade. Ah. Ja, ich konnte da nicht hin. Oh doch, konnte ich. So, was sie macht wieder Quick-Time-Events. Rann ans Steuer mit dir. Och nee. Fährst du mal los? Ja, ich musste gerade noch den Motor starten. Entschuldigung. Dann übert übrigens nicht lenken. Ey. What the fuck? Ich war schon lange voll. Diese Liste. Okay, schon mal. Immer so knapp. Äh. Nein. Das ist noch ein Verscheidert kaputt. Ach man. Kannst du nicht sanfter bremsen? Ich habe nicht gebremst. Wer steuert hier? Der unter uns. Äh. Entschuldigung. Danke. Den Tic-Tac. Dankeschön. Dass ich jetzt mal unnietest. Warte, geh weg. Geh weg. Nee, noch nicht. Jetzt geh ich weg. Geh weg. Mobbing. Warum was war denn? Danke, Ada. Ich meine, danke, unbekannte Person, die gerade geschossen hat. Was ist da gerade passiert? Das Boot steuert sich gerade übrigens von selbst. Schön fürs Boot. Da drüben. Das ist der Treffpunkt. Und da ist noch ein brennender Helikopter im Wasser. Schön für den Helikopter. Ach nee. Warum kommen die eigentlich unter uns bei den Gegner? Warum kommen die eigentlich unter uns bei den Gegner hast? Das Boot steuert sich. Jetzt ist das Ding aber Hackfleisch, oder? Jetzt ist es Hackfleisch, ja. Pass doch auf. Gleich greif uns die Einzeile an. Ja. 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 Möchtest du hier auch verraten? Fast. Gut, wir werden uns beeilen. Dein Boss hat sich voll unter Kontrolle, hm? Noch. Kommst du vor, da sind die Monscherie-J-Kapitel am längsten. Bis jetzt. Das kommt mir jetzt gerade auch sofort. Ja gut, wir müssen ja jetzt dann bald gefangen werden. Laut den anderen Kapiteln. Laut den anderen ist... Plenarien. Schon wieder? Ja, ja. Gott. Die zwei haben es echt drauf. Zu einer Ölbauinsel, glaube ich. Ah, stimmt. Aber wir haben ja bei Leon erfahren. Wenn es stimmt, was Leon über Simmons sagt. Müssen sie fliehen. Oh, du streamt gerade. Versprechen sie es. Versprochen. Verspricht nichts, was du nicht halten kannst, Jucke. Ich kann alles versprechen. Nein, halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest. Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Ja. 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 Das bringt den Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Herr Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Haben Sie zur Helle drümmen? Beseitigt sie. Nein, aufhören! Wieso muss ich dich eigentlich immer retten? Weil Sherry blond ist. Sie müssen vorsichtiger sein. Hey, okay. Wie gehen Sie jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zu dir schaffen? Aber ich bin es nicht kalt, weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können Sie das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Ihr ledigen Simmonds. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmonds will sie. Danke. Ich sage FOS-Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. FOS? Bewegung! Keine Ahnung. Ach stimmt, jetzt kommt eine Due Revealed-Action. Ja. Ach, herrje. Los, weg hier! Hallo, Chavos. Ach, herrje. Hallo, Chavos. Sie haben es versprochen. Frage, Logo. Ja. Haben wir gerade gleichzeitig mit dem, mit dem Bass geschossen? Mit dem was? Dreck. Mit dem Bass? Keine Ahnung. Mann, Chavos. Ich glaube, jetzt werden wir getrennt. Die geben einfach nicht auf. Die geben einfach nicht auf. Alter, ich habe 28 Gegner mehr als du gibst dich. Alter, ich habe alle vier. Ich habe Brand S. Ich habe alle vier auf Gold. Cool. Ich habe Treffergenauigkeit. Treffergenauigkeit auf D. Ja, ich merke es. Sonst hätte ich es auch gehabt. Ah, 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 ah. Nice, ich habe meinen ersten Rang S. Schön. Hast du so viel dafür bekommen? Nein. Okay, dann lohnt es sich ja nicht. Den oder mehr Gegner mit einem physischen Angriff getötet haben wir beide. Einen Gegner mit einem Gnadenstoß getötet haben wir beide. Du hast den Gegenangriff ausgeführt. Alter, ich habe dich gerettet bei einer Szenarioüberschneidung. Nein, nein. Doch. Eine Partnernot wäre der Szenarioüberschneidung geholfen. Ah, das war der AIDA-Überschneidung. Ja. Erfolgt die Angriff ausgeführt. Ein Gegner in die Tiefe gestoßen. Partner nutzgehalten, das Tuch unterholt. Ergegner mit einem schnellen Schuss ausgeschaltet. Fortgreif Steuereingaben. Alle Eingabeaufforderungen fehlerfrei ausgeführt haben wir beide. Hm, keine Ahnung. Ein Rennen den Gegner zu Fall gebracht. Ja, da habe ich ihn gerade getreten. Ach Gott. Dem Oosterlack mit Leon und Ralein.